Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Michael Fasching vom Institut für Bildungsforschung und Pädagoginnenbildung an der Universität Graz und ich möchte Ihnen in diesem Video einen kurzen Überblick über Fake News und digitale Kompetenzen im Schulunterricht geben. Dabei geht es einerseits um die Umsetzung von digitalen Kompetenzen im Schulunterricht und andererseits um praktische Tipps zu Faktenchecktools und Lernspielen zum Thema Fake News. Hier sehen wir als Beispiel zwei Artikel aus der Kronenzeitung. Der rechte Artikel ist echt, der linke ist gefälscht. Aber was ist das Besondere daran? Die Fake News Seite wurde extrem täuschend nachgebaut und selbst Klicks auf Links der Seite leiten automatisch zur echten Online-Seite der Kronenzeitung. Eine Nachfrage brachte folgende Antwort aus der Chefredaktion. Wir sind uns dieser Fake News bewusst. Wir haben bereits versucht rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten. Leider ist diese Form der Cyberkriminalität auch für die Behörden schwer in den Griff zu bekommen, da die wechselnde IP-Adresse eine Identifizierung des Urhebers unmöglich macht. Hier erkennt man, dass die Kriminellen finanzielle Motive verfolgen. Das zweite Beispiel zeigt ein Bild aus einem Zug, wo suggeriert wird, dass Reisende mit dem 9-Euro-Ticket auf ihrer Reise nach Sylt diese Verunreinigungen produziert haben. In Wahrheit ist das ein älteres Bild und zeigt die Verwüstung nach einem Fußballmatch. Auch wenn es Fake News schon lange gibt, hat die Beliebtheit der sozialen Medien und die Einfachheit Inhalte zu posten das Problem verstärkt. In den letzten Jahren hat die Verbreitung verschiedener Arten von Fehlinformationen und Desinformationen stark zugenommen, darunter eben auch Fake News, Gerüchte, Clickbaits oder Verschwörungstheorien. Durch den leichten Internetzugang mit digitalen Technologien sind Jugendliche einem zunehmenden Risiko ausgesetzt, verschiedenen Formen von Desinformation, Propaganda, radikalen oder auch gewalttätigen Botschaften, aber auch gezielter Manipulation oder Hassrede zu begegnen. Im Zeitalter von Fake News sollten daher speziell junge Menschen schon früh digitale Kompetenzen entwickeln, um gefälschte oder manipulierte Inhalte im Internet rechtzeitig zu erkennen. Aber was genau sind eigentlich Fake News? Die gängigsten Definitionen beschreiben Fake News als Informationen, die absichtlich und nachweislich falsch sind und LeserInnen in die Irre führen könnten oder auch fabrizierte Informationen, die den Inhalt von Nachrichtenmedien in ihrer Form nachahmen. Dabei wird zwischen Missinformation und Desinformation unterschieden, also ob Informationen ohne oder mit der Absicht Schaden anzurichten verbreitet werden. Aber unabhängig von der Absicht richten beide in ihrer Verbreitung erheblichen Schaden an. Außerdem ist meist eine finanzielle Motivation zum Beispiel bei den Clickbait-Seiten oder eine ideologische Motivation zum Beispiel bei politischer Einflussnahme erkennbar. Fake News arbeiten mit unterschiedlichen Methoden, zum Beispiel wenn Überschriften oder Bilder nicht mit dem Inhalt verknüpft sind oder Inhalte richtig sind, aber in einem falschen Kontext stehen oder wenn ursprüngliche Inhalte manipuliert werden, um in die Irre zu führen oder wenn falsche Inhalte unsere Meinungen steuern sollen und so weiter und so weiter. Aber auch nicht gekennzeichnete Werbung, die als redaktioneller Inhalt präsentiert wird, zählt zu Fake News. Bei allen Beispielen gilt, Emotionen und speziell negative Emotionen verstärken die Reichweite von Fake News enorm. Und sie bleiben hängen, denn die Korrekturen oder Richtigstellungen haben meist eine viel kleinere Reichweite im Vergleich zu den ursprünglichen Fake News. Fake News werden auch durch aufwendige Technologien immer raffinierter und glaubwürdiger. Das betrifft vor allem den Einsatz von künstlicher Intelligenz, womit zum Beispiel sogenannte Deepfakes entstehen. Wenn man die künstliche Intelligenz mit genug Video- oder Audio-Material von einer Person füttert, können die Stimmen oder auch Mund- und Körperbewegungen künstlich nachgemacht werden. Dazu gibt es zwei bekannte Beispiele mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Ex-Präsident Barack Obama, die in dem Fall als Satire veröffentlicht wurden. Um nicht auf Fake News hereinzufallen, brauchen wir also digitale Kompetenzen, die unser Bewusstsein für manipulierte Inhalte trainieren sollen. Digitale Kompetenzen werden in den gängigsten Definitionen beschrieben als die Fähigkeit digitalisierter Informationen sowohl zu verstehen als auch zu nutzen. Diese selbstbewusste, kritische und kreative Nutzung soll uns dann eine Teilnahme an gesellschaftlichen Diskursen ermöglichen und uns dabei helfen, eine gesunde digitale Identität aufzubauen. Dafür ist es auch notwendig, ein Verständnis von den Funktionen von Algorithmen, Filterblasen oder Echokammern zu haben. Einfach erklärt versuchen Algorithmen mit historischen Daten Aussagen über die Zukunft zu treffen, egal ob bei Suchmaschinen, Online-Kaufhäusern oder in sozialen Medien. Filterblasen und Echokammern entstehen dann durch die Vorselektion der Informationen durch die Algorithmen, die uns vorwiegend Inhalte anzeigen, die unsere Meinungen und Einstellungen bestätigen. Dadurch entsteht oft eine verzerrte Wahrnehmung der Realität, also Filterblasen und Echokammern. Das zeigt, wie wichtig es ist, schon in der Schule mit der Sensibilisierung zu beginnen. Neben dem neuen Pflichtfach der digitalen Grundbildung seit dem Schuljahr 2022-2023 kann der Ansatz von phänomenbasiertem Lernen bei der Umsetzung von digitalen Kompetenzen im Unterricht gegen Fake News unterstützen. Die Idee des Konzepts stammt ursprünglich aus Finnland und basiert auf einem offenen, fächerübergreifenden Projektunterricht oder eben freies Lernen, wo 10- bis 14-jährige SchülerInnen selbstständig Informationen suchen, bewerten, vergleichen und am Ende ein kreatives, digitales Produkt erstellen. Das kann in Projekttagen oder Projektwochen stattfinden, wo mehrere LehrerInnen gleichzeitig an einem fächerübergreifenden Thema unterrichten. Die gewählten Schwerpunkte beziehen sich auf die Erfahrungen aus den Lebensrealitäten der SchülerInnen. Thema und Umsetzung werden individuell von den Lehrpersonen festgelegt. Einen beispielhaften Unterrichtsablauf können Sie durch das Klicken auf die jeweilige Phase entdecken. Versuchen Sie es doch mal! Was hat das Konzept des phänomenbasierten Lernens mit Fake News zu tun? Nun, im gesamten Lernprozess werden wichtige digitale Grundkompetenzen trainiert, die generell aber auch zur Erkennung von Fake News notwendig sind. Der Schwerpunkt dieses Konzepts muss nicht auf Fake News liegen, da die Kompetenzen ohnehin trainiert werden, sondern kann aus dem Lehrplan der jeweiligen Fächer sein. Einen detaillierten Praxisleitfaden für den Schulunterricht finden Sie in den Ressourcen. Ein weiteres Mittel gegen Fake News ist die Prävention, wie zum Beispiel die Aufklärung im Schulunterricht, aber auch die Dekonstruktion, auch Prebunking und Debunking genannt. Bei der Dekonstruktion raten ExpertInnen dazu, die Gegenargumentation richtig zu dosieren. Das heißt im privaten Raum, ja, in öffentlichen Foren sollte man abwägen und dosieren. Denn ein langwieriges Duell mit Internet-Trollen kann viel Zeit und Nerven kosten. Bei der Dekonstruktion kann auch ein sogenannter Boomerang- oder Backfire-Effekt entstehen. Der liegt vor, wenn eine Korrektur unbeabsichtigt den Glauben an die Falschinformationen im Vergleich zu vorher verstärkt, also genau der gegenteilige Effekt, der eigentlich erwünscht war. Aber keine Sorge, Untersuchungen zufolge soll das tendenziell selten auftreten und sollte einen nicht vor der Dekonstruktion abhalten. Zur Dekonstruktion von Fake News gibt es außerdem eine Vielzahl an online verfügbaren Faktencheck-Möglichkeiten, die sich auch für den Schulunterricht hervorragend eignen. Hier auf den Folien finden Sie eine Auswahl dieser Tools. Da wäre zum Beispiel die Wayback Machine, ein Archiv mit Screenshots aller Seiten im Internet zurückreichend bis zur ersten Veröffentlichung der Seite. Oder auch die Google Bildersuche, um nach Bildern oder Bildausschnitten zu suchen. TinEye, eine Rückwärtsbildersuche, um Manipulationen zu erkennen. Oder der Exif Viewer für Metadaten von Bildern, wo man zum Beispiel Datum und Uhrzeit einer Aufnahme herauslesen kann. Die Geolocation zum Beispiel mit Google Maps oder Street View zur Verifikation. Oder auch Wolframs Alpha für Wetterbedingungen zum Zeitpunkt einer bestimmten Aufnahme. Oder auch SunCal zur Anzeige des Sonnenstands zum Zeitpunkt eines bestimmten Fotos. Für Videos gibt es das Video Verification Plugin InVid oder auch den Metadata Viewer für YouTube Videos. Oder auch die Seite watchframebyframe.com zur Analyse von Videos Frame-by-Frame. Spannend ist auch TruthNest mit einem Indikator für Bots für Twitter. Um Fake News besser zu verstehen, können auch folgende Lernspiele vertiefend gemeinsam mit Jugendlichen eingesetzt werden. Zum Beispiel Trollbunker, Fake it to make it, Cranky Uncle, Get Bad News, Go Viral oder Fake News App oder die Paul Newsman Scherzartikel. Zusammengefasst kann man sagen, bleiben Sie kritisch und in den meisten Fällen hilft der Leitsatz Think before you click. Danke fürs Zuhören.